Liebe Naumburgerinnen und Naumburger, wer A sagt, muss auch B sagen. 2014 kandidierte ich ein erstes Mal als parteiloser, unabhängiger Kandidat um das Amt des Oberbürgermeisters. Statt gestalten, statt verwalten, war damals mein Motto. Konsequent weiter hat die Wahl gewonnen, konsequent weiter ging es, aber hat es uns auch konsequent weitergebracht? Ich meine nein. Heute haben wir eine äußerst angespannte finanzielle Haushaltssituation. Die Stadtverwaltung bedarf dringender Neuausrichtung. Diesen Aufgaben möchte ich mich ganz vorrangig stellen. Darüber hinaus habe ich Ziele, Projekte und Ideen. All das können Sie auf meiner Internetseite nachlesen. Ich lade Sie herzlich ein, weiter mein Engagement in dieser Oberbürgermeisterwahl zu verfolgen. Ihr Henrik Schumann, Oberbürgermeisterkandidat für Naumburg 2021.